so hier sind wir wieder bei Neverwinter immer noch hier unten in dem Hauptquartier der Nasher geht gleich weiter oder? ich habe bloß gerade einen Teuch gefunden der ein bisschen besser ist für mich sehr schön soll ich noch mal kurz zurückgehen ins Lagerfeuer oder? weil wir haben doch bisher auch wenig Tränke erst eingesetzt könnten wir eigentlich auch noch machen oder? ja schon ok dann werde ich ja ok jetzt noch nicht aber später wahrscheinlich ja das Knappere ist wahrscheinlich wenn jetzt nicht bald ein Lager freierkommt könnte es schon nötig sein aber wir versuchen das natürlich hier ja ok so normale Recruiten die machen nicht viel Schaden ne ah dann werden wieder so fettig Hexer oder? Hexer und hier ist der andere nicht wow nein oh je mini hätten wir vielleicht doch zu ne KAU so das sieht doch ganz fettig aus ja mach ich jetzt auch ja mach ich jetzt auch ja mach ich jetzt auch also ich bin definitiv vor allem weil ich meine Einserattacke hab boah er hat mich zu Boden geschmissen das ist so früh wow so katz immer lange wow wow richtig harter Bossfight was macht der? jessi wow krass der Attacke riesig zu halten ja er ist gefrezen kurz ja yes sehr nice oh es kommt noch welche aber ich glaub die wollen wir uns aber ich glaub die wollen wir uns sehr sehr nice haben wir das gelöst hier zu zweit gehts echt schön Religionsfähigkeit oder Paketnotumik gehen wir mal zu seinem Thron Juhuuu Schatztöl eine Sphäre hab ich mal wieder gekriegt eine grüne schau ich gleich mal ob die mir was bringt ach kann ich gar nicht identifizieren weil die erst ab Stufe 9 ist scheinbar ja ich kann sie auch nicht identifizieren so ich denke jetzt müssen wir hier wieder raus gehen hast du auch eine Sphäre gekriegt oder Trickserkriege hab ich gekriegt ach so ok du hast was für dich gekriegt gut ja wahrscheinlich jeder für seine Klasse einfach jo dann werden wir hier wahrscheinlich wieder raus können fünf Sekunden und die Soundkulissen in diesem Spiel nicht gut gemacht ja Seeufer zum Protektor Senkele müssen wir jetzt gehen aus der Geheimtür kommen wir raus kann man wieder nichts machen oder betten wir haben euch gemacht ich hab glaub ich sogar noch ach so vielleicht oder ich versuch's einfach mal Naturpaket oder Paket notwendig ich hab sogar nicht ich hab' eins gehabt ich hab' eins gehabt ja ok kommst du ja boh 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 so normale Rekruten oder Scharfschützen machen eigentlich nicht soviel also da gehts eigentlich schönes wenn ich hier Wandbemalung ansehen ok keine Ahnung ob das jetzt was gebracht hat nur ein Erfolg hat bei mir ausgelöst Ja. Fetty auch? Ja, sonst aber nichts. So. Und wieder so eine Fettung der Strecke hin. Gehen wir gleich mal schön riesiger. Ja, der Hexchen weg ist. Wow, 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 alle schlagen auf mich, ja. Das ist nicht schön. Wow, und ein Hexer ist auch da hinten. Achte. Oh, da. Oh, ein grüner Gegenstand. Wow, ich bin fast down. So, ich habe ihn nicht gesehen. Zwei grüne Gegenstände, eh hoch. Den kann ich nehmen. Ich auch. Mach mal beide, oder? Ja. Ach, 100. Immerhin 61. Ja, kann ich nehmen. Ja, ich nicht. Ein Weltwunder, ich habe was gewonnen. Er auch. Identifizieren. Ab Stufe 8 nutzt, schaue ich mal. Ein Amulett? Plus 13, Lebensentzug, minus 13, Robustheit. Ist eigentlich genau das Gleiche, nur mit Lebensentzug, statt Robustheit. Aber ich denke, ich lasse mal Robustheit. Wie ist deins? Rügt's dir was? Ja, bei mir kommt schon was. Ist ein Amulett und da hat mich, glaube ich, nur ein ganz schlechtes. Ja. Äh, wo muss man denn hin? Blacklake-Viertel. Wie das ist denn? Hä? 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 Ich glaube, wir sollen noch mal neu zum Blacklake-Viertel, oder? Gehen wir ganz kurz mal in Protectors Enclave und dann wieder... Ne, Enclaves. Stimmt, in Protectors Enclave sollen wir. Ach so. Habe ich natürlich nicht gelesen. Ne, er stand in der Mission. Ja. Krone zu Feldwebel-Knox bringen. Wieder mal zu unserem geliebten Feldwebel. Schau mal, wie's mit dem Leck geht. Ja, gibt wieder paar Probleme hier. Bist du auch schon da? Bei mir, letzt kann man aber gleich ist fertig. Oh, was mach ich grad? Oh ja. Das ist immer ein bisschen schade, halt in diese Stadt. Schrecklich. Hätte man ein bisschen besser auftreten müssen, aber sowas sieht man eben erst auch danach. Das ist echt krass. Boah. Aber nein. Gott sei Dank muss man sich hoffentlich nicht allzu lange wieder heben. Bewegen. Ja. Boah. Ich werde nur noch zurückgesetzt. Das ist grad nicht. Ich hab... Ne, ich hab dich doch nicht überholt. Das hat kurz so ausgeschafft. Voll komisch. Da musst du direkt extra alle Treppenstücken hoch. Ja. Du bist bei dem tollen Feld, wie ich müsste. Das sind einfach viel zu viele Leute. Ach gäh, ich wurde schon wieder zurückgesetzt. Boah, ich wurde am Rand von mir treppig gesetzt. Ja, ich auch. Werde ich die ganze Zeit... Boah. Nervig. Jetzt bist du schon bei mir. Aber die anderen legen auch alles leckt, also... Du bist voll weit hinten. Ja. Hä? Was kann ich machen? Ich werde dauernd zurückgepackt. Einen Schritt vor, zwei zurück. Das ist natürlich jetzt echt nicht schön, aber sowas muss man halt auch erst mal... Findet man ja erst raus, wenn man ein bisschen spielt. Ja. So, kann ich jetzt mit dir reden, bitte? Komm da nicht hin? Ich auch nicht. Er will nicht sprechen. Es erscheint kein F. Ja, bei mir. Ich sehe bloß der Degelknopf. Ja, ich auch. Jetzt F. Hinteraktion erfolgt. Endlich. Das Turmviertel ist in Ordnung. Holen wir unsere Belohnungen. Ich überichte vom Marktplatz der sieben Sonnen erhalten. Die Kobolde sind in der Stadt los. Wir dürfen sie nicht außer Acht lassen. Sonst werden wir sie nie wieder loslassen. Danke, Feldwebe. So. Wir haben schon wieder ein paar neue Missionen. Ja. In Anfangszeichen. Ich schau mal kurz. Drei habe ich, oder? Du auch? Ähm, ja. Ich glaube schon. Okay, ähm, ja. Bist du soweit? Ja. Gehen wir mal weiter. Also, ich habe Probleme im Turmviertel. Da habe ich eine Quest und Nestai zwei Quests. Okay, ich denke, wir machen hier auch nochmal einen Cut rein. Bis zum nächsten Mal. Genau, ciao. Ciao. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann bitte zum, dienenから... Elo, wir kommen jetzt. Tschüß! Immediately Leute, sch Shim, wir mal hemosus Buyers-Tets! 75-7-33-3-3-2-3-ude. Dann ist völlig bei anotherüm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.